So, da sind wir wieder bei Let's Adventure of Minecraft und heute spielen wir die Map von, oh, ich muss ganz kurz nochmal nachschauen, von Moritz. Und wir werden die einfach mal spielen und gucken, was passiert. Yay. Ich bin's wieder, euer Zimmelzommelmann. Und heute spielen wir hier eine richtig crazy Map. So, ich muss ganz kurz nochmal schauen. Ich glaube, ich habe den Sound zu laut. So, okay, gut. Moment. So, gut. Okay, ach, guck mal, Hercules heißt der In-Game. Und auf YouTube heißt der NiceBaby und auf Twitter heißt der Unterstrich, Unterstrich, NiceBaby, Unterstrich, Unterstrich. Das ist aber ein schöner Name. Gut, dann werden wir das jetzt einfach mal so hinnehmen. Und getestet haben auch ein paar Menschen, nämlich XXMrUnterStrich, meiner XX, HDLP. Und der. Okay. Und der spricht kein Deutsch mit mir. Na super. Super. Ah, hallo an Menschen, die. Gut. Ich würde sagen, wir starten. Let's go. Wollen wir die Map jetzt starten? Ja, natürlich wollen wir die. Ja. 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 Hä? Hallo. Wer das dies kann lesen? Ich möchte die Map starten jetzt. Los. Ja, ich möchte jetzt mit der Map. Hä? Hä? Tipp. Tipp. Gibt es einen Startbutton oder sowas ähnliches drücken? Ja, ich versuch's ja. Sowas ähnliches? Äh. Hm. Sowas ähnliches. Hä? Natürlich, wie ich jetzt mit der... Oh. Hä? Jetzt funktioniert... Hm. Okay, gut. Ach, Mann. Gut. Dann, äh... Warte, wir sind doch genau im selben Raum. Nochmal, oder? Wow. Cool. 100% Bio-Haltung. Stimmt. Das ist Bio. Doch, eigentlich... Tatsächlich von den Vorschriften, äh... Vorschriften ist das Bio. Wow. Crazy. Sag mal, waren wir hier nicht eigentlich schon? Nochmal das Ganze. Die Kugel Franzose sein, aber... Ähm. Franzose? Hallo an alle Menschen, die Noah heißen. Hallo an alle Menschen, die nicht Noah heißen. Hallo an alle Menschen, die weder Noah noch Noah heißen. Noch nicht Noah. Hä? Moment mal, wie kann man denn weder Noah noch nicht Noah heißen? Verdammt nochmal. Ja, französisch? Hä? Tipp. Versuche dir gut zu helfen, wenn du selbst immerhin schon Französisch sprichst. Ach. Äh... Französisch. Oh, ich bin Französisch, jetzt. No. Oui, oui. Löw. Sprache dauert ein bisschen. Pule Loading. Screen. Sir can take a while. Kann ich, kann ich jetzt? Kann ich jetzt? Ja! Jetzt muss ich Französisch tatsächlich haben. Hä? Oh no. Jetzt hab ich alles auf Französisch gestellt. Was soll ich denn nun tun? Ach man. Was ist denn denn der Knopf jetzt von mir? Ist dir zu schwer? Mach's einfacher. Das ist ne... Hm. Moment. Ach, und deswegen... Hätte die Zombies... Aber zuallererst werde ich meine Lange wieder auf Deutschland umstellen. Beziehungsweise eigentlich auf Englisch, aber ich werde es jetzt einfach wieder auf Deutsch stellen, weil es mir einfach zu dumm ist. Sonst weiß ich nämlich nicht, was einfach ist. Mann! Ja! Äh... Noch einfacher? Ha! Nutze deinen Kopf! Oh. So? Das war ja scheiß Ernst, das war's. Wow. Crazy, das war ja schwierig. Knapp. Nächstes Level. Woohoo! Willst du diesen Raum schaffen? Nein. Du musst nicht auf irgendeinen Text im Chat... Nochmal das Ganze. Willst du diesen Raum schaffen? Nein. Du musst nicht auf irgendeinen Text im Chat klicken. Aber vielleicht auf irgendeinen Text auf einem Schild. Das kann lesen. Komm schon. Das ist doch so wahrscheinlich, dass es... Hier, kommt das... Jetzt aber hier. Hm... Hm... Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ach man. Nutze das heilige Wasser. Oh ja, Moment. Oh ja. Puh, ich fühle mich jetzt schon richtig heilig. Ach warte, vielleicht erkenne ich jetzt was. Muss ich mich umbringen? Ist es das, was es von mir will? Oh, das ist aber ziemlich traurig eigentlich. Na gut. Ach man. Ja. Ja. Ach die schöne Welt. Es war schön. Ach man. Oh nee. Au. Ah. Sonst hätte ich hier nichts machen können, oder? Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich mich umbringen muss. Es war ziemlich schwierig, wenn ich auf Peaceful spiele, aber... Na gut. Ach man. Tschüss. Habe ich es geschafft? Ja! Ja, ich habe es geschafft. Du bist ein Keks. Mmh, ein Keks. Vielen Dank fürs Spielmen an der Map. Hey, hey. Vielen Dank für deine Map. Du hast deine Lederacke wieder an, du Faker. Hey, warte mal. Habe ich mir nicht geklaut gehabt? Hallo? Ich bin so wunderschön. So wunderschön. Hey, wow. Oh, guck mal. So. Ach ja, wie schön. Gut, jetzt müssen wir die Map natürlich noch bewerten. Wir sind hier bei Let's Adventure Your Mindecraft. Und deswegen würde ich sagen... Uh. Uh. Brauchen wir natürlich eine TNT-Note. Moment. TNT. Wie sehen denn bitte Hebel aus? Ich habe mir das Resource Pack extra runtergeladen. Das musste so richtig authentisch wirken. Okay. Gut. Jetzt müssen wir... Ein... Wir bauen natürlich ein Z. Ist ja ganz klar. Wie behauptet man denn... Fuck, das ist falsch rum, ne? Ich stelle mich aber auf die andere Seite. Ja, jetzt ist es ein gutes Set. Perfekt. So, jetzt müssen wir natürlich noch anzünden. Eh. Wollte ich sagen. Vielen Dank für das Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Let's Adventure Your Mindecraft. Und tschüss. Hüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Vielen Dank.